Ich suche nach einem Geburtstagsgeschenk für meine beste Freundin. Aha. Eine Halskette mit einem Anhänger. Beste Freundin für immer? Für immer soll das stehen? Ganz sicher? Ja, wieso nicht? Komm schon. Für immer. Für immer? Ich glaube nicht, dass ihr für immer beste Freundinnen sein werdet. Nichts für ungut, aber man lebt sich mit seinen Freunden aus der Kindheit mal auseinander. Und wenn ihr dann älter seid, dann hat sie vielleicht eine neue beste Freundin. Und die ist erfolgreicher als du und reicher. Und dünner und hübscher. Und die machen dann alles nur noch ohne dich. Sie sind ganz schön strange. Ich bin nicht strange, okay? Doch, sind sie. Nein, bin ich nicht. Du hast angefangen. Nein, sie haben angefangen. Waren etwa ihre Antidepressiva alle? Gott, ich hab Mitleid mit deinen Eltern. Ich hab Mitleid mit ihrem Gesicht. Okay, ruf an, wenn du Brüste hast. Ihrem Arzt ist da wohl aus Silikon ausgerutscht. Und du hast wahrscheinlich vier Jungs gleichzeitig. Wenigstens bin ich nicht so untervögelt wie sie. Ja, okay, viel Spaß bei den Geschlechtskrankheiten. Ich weiß ja nicht, wie die Leute in ihrem Alter das machen. Aber wir jungen Leute benutzen so etwas, was nennt sich Verhütungsmittel. Weißt du was? Du bist bestimmt nicht so beliebt, wie du denkst. Ich bin sehr beliebt, klar? Ja, klar. Ganz sicher. Sehr beliebt. Und sie sind eine alleinstehende Versagerin. Ohne Freunde. Und du bist ne kleine Nutte! Hier. Das ist doch was für dich. Ganz genau. Das ist doch auch gut.